Empire St. Martin The biggest world of your nightlife Ich bin jetzt ganze 40 Kilometer hier ins Empire St. Martin gesprungen. Ich habe gehört, hier ist die geilste Party. Und die geilste Party bedeutet auch Rio. Der mit dem Sommerhit Summer Jam. Summer Jam hier im Empire St. Martin live. Nur für euch. Und die geilste Party. Und die geilste Party. Und die geilste Party. Und die geilste Party. Du Yvonne, warum bist du heute da? Weil Party war. Weil wir oft da sind. Weil heute brutale Party ist. Brutale Party, oder? Ja. Wir haben uns einen gesünd. Dein gesünd. Gesünd, Bruder. Gratulation. Mal richtig feiern so. Mal richtig feiern. Bei die Österreicher. Bist von Passau, oder? Na ja, Pilzhofen ist bei Passau. Ist eh klar. Ja, Rio! Mit seinem Little Summer Jam. Mit dem Summer Jam da feiern wir mit, oder? Ja, ist eh klar. Ja, sicher. Da kennen wir nichts, gell? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Du hast sehr viele große Klubs gesehen. Was denkst du über die Empires? Ich glaube, die Empires ist sehr, sehr groß. Sehr gut. Es ist wie ein großer Ballermann-Mallorca-Klub. Es ist ein großartiger Klub. Es ist ein großartiger Klub. Schön. Ich mag es. Musik Bist du schon mal runtergesprungen? Ja, vom Fünfmeter Turm. Fünf Meter Turm. Beinhart. Beinhart, ja. Und war das schlimm? Haben Sie die Leife übertragen? Nein. Auch nicht. Kannst du in ein Turm? In ein Storbruch sehen. In ein Storbruch sehen? Ja. Ja, aber das Maura, ich bin einmal in ein Baugrub reingesprungen. Es war Aufregung pur. Warum? Weil ich nervös war. Wirklich? Weil wir von zehn Meter sind. Also ich muss euch sagen, ich war nicht nervös. Ich bin jetzt so wie zielgefährdet. Komm, wir springen von da runter, komm. Eins. Zwei. Drei. Hey, die kommt mir doch immer näher. Woher ist denn das? Was ist denn das für eine? Viva! Wie funktioniert so eine Party im Empire? Wie kann man sich das vorstellen? Einfach locker tanzen und braten. Also der Masterplan von mir ist im Empire das TBD. Tanzen, braten und trinken. Geil, geil! Es ist zu, gelder! Es ist zu, gelder! Und dann... Danke schön! Tschüss! 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 So, Party People, das war heute Rio! Rio featuring Eugene im Empire St. Martin, nur für euch! Beim nächsten Mal hoffe ich, dass ihr wieder mit dabei seid! Empire St. Martin The biggest world of your nightlife. Ciao, Bob Musik